Ja, da habe ich auch einen. Dann sind quasi die Häfen mit einer Wasserlinie verbunden. Ja, genau. Falls weite Strecken überbrückt werden müssen, wenn man irgendwann will. Richtig. Eisen, Kohle, Eisen. Kohle. Kohle. Oh, Schiff ist fertiggestellt. Ja, eigentlich auch keinen mehr davon. Kann man dem auch sagen, dass er mit das andere Ding versorgen soll? Was? Wer? Wo? Also ein Schiff. Schiffe machen alles automatisch, eigentlich. Okay. Ja, aber auch wenn es nicht eine Explosion war? Wurde gerade neu gebaut? Ja, dann stellt sich das irgendwo an den Hafen und wartet auf quasi Befehle von irgendeinem anderen Hafen, falls der irgendwas braucht oder so, weißt du? Achso, okay. Schau mal, das ist wie so ein Träger, jetzt zwischen den Häfen. Achso, ja, okay. Macht so ein... Ja, also ich habe zwei Expeditionen gemacht, aber habe irgendwie sechs Schiffe. Die fahren einfach so... Sieht planlos aus, aber... Die fahren halt hin und her. Vor allem, weil oben an dem Hafen gar keine Schiffe gerade bemüht sind, deswegen baue ich noch weiter Schiffe. Sollen überall Schiffe sein. Oh, weg zurück hergestellt. Okay, ja. Weg zurück hergestellt. Sparakel. Rohstoffe gefunden. Holzflöte. Eisen. Kohle. Eisen. Eisen. Kohle. Warenstau. Warenstau. Granit. Ich gehe noch Granitwerkwerk hin. Scheißegal. Granit. Militärgebäude besetzt. Granit. Da kann ich noch ein Granitwerkwerk machen. Militärgebäude besetzt. Militärgebäude besetzt. Der ist Eisenherz gefunden. Ich halte hier irgendwo... irgendwo so ein Ding hin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020